Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht, um nach Himmelsrand heimzukehren, Stammesgenosse. Hauptmann, was sollen wir tun? Sie steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Sie geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wenigstens sterbt ihr hier, in eurem Heimatland. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Alles klar. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helden nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ich weiß, was passiert. Das wäre gut knapp oben. Wer weiß das nicht, was passiert. Wer weiß es nicht. Es ist ein Problem, also nicht ganz. Nein, gar nichts. Jeder weiß, was passiert. Er schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Oh. Ich dringe mich nicht rum. Oh, ich mache nichts. Wird vom Spiel genötigt. Oh je. Gute Nacht, du schnöde Welt. Drache. Ich lebe noch. Ich bin Ihnen gerade mal gefolgt. Legenden brennen keine davon. Hurra. Da steckt man verschiedene Wege ein. Ich bin natürlich verzähliger. Das Gasthaus, wir sind nur ruhig. Wir haben noch keine Waffe, wir können noch nicht gegen den Trakt dämpfen. Können wir hier hoch? Das Gasthaus. Äh, Hilfe. Komm mal, links. Wir folgen euch, sobald wir können. Ah, durch das Dach hier. Mir geht's dank. Wir werden auf der anderen Seite. Wir wollen eine Waffe. Ich glaube nicht. Wir sind umbewaffnet. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten, Adva. Bleibt da bei der Wand. General Tullius, wir drüben. Das habe ich ein bisschen anders in der Ruhe. Deswegen habe ich wahrscheinlich einen anderen Weg genommen. Oh. Ich bin nicht da unten. Ich habe jetzt deep calibreifend Oil von Carolineussen auch gezwungen, also brauche ich es noch zu kommen. Okay, ich kann hier nur durchderougt. Zielfestung Helgen Ich bin einfach instinktisch zur Festung durch Komm aus Helgen Ich habe instinktiv bin ich einfach zu dem Meilen geraten Weiß nicht, ob das eine schlechte Idee war Okay Die Vorboten des Endes aller Tage Wir machen uns besser auf den Weg Kommt her, lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann Setz einfach einen Fuß vor den anderen Setz, Gunja kommt nicht von den Toten zurück Nehmt euch seine Rüstung und alles was er sonst noch trägt Aha Erste Rüstung, die erste Axt Okay Ich bin jetzt ausgestattet Na schön, leg die Rüstung an und schwingt die Axt Ich werde versuchen einen Weg hier herauszufinden Heiß eine Rüstung an oder Ausrüsten Den Panzer Und die Fußstiefel, die war nur ausrüsten Die ist verschlossen Versuchen wir es mal beim Tor Okay, hier Verdammt Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen Okay, was ist der Plan Komm schon, Soldat Geht weiter Entdeckung Aufschließen Schüsse, erforderlich Den Besen haben wir mitgenommen Blocken Ziehen wir hier, kämpfen So, hier gibt es Käserliche Rüstung Nehmen wir erstmal Erstmal ausziehen Schwert auf jeden Fall Und Schlüssel Ich nehme mir erstmal ein Schwert Schwert ist besser als meine Axt Bekleinung Bekleinung Ich helfe die für Rüstung 6 Rüstung 7 Rüstung 11 Okay Rüstung 25 Okay Schwert habe ich kein Kostgerüst dazu Richter an die Axt Nichts Das ist ein Schwert Mein Mann Rechts Rechtshänder sind wir Und dann nicht Wie raus Genau so Kann man die Axt auch mal ausstatten Links und rechts Versuch doch mal die Tür zu öffnen Das wär's Kommt, verschwinden wir von hier Ehe der Drache den ganzen Turm über unseren Köpfen zum Einsturz bringt Okay Kommst du mit? Nee, ich nehme mal Das ist Albon Wir kümmern euch Pisten Ich muss nur noch ein paar Tränken zusammen Gibt's Essen Na komm Ich habe die beste Schwerte Linden Ein Lagerraum Seht nach, ob ihr irgendwelche Zaubertränke finden könnt Wir werden sie brauchen Okay Ich stecke erst ein, was ich finden kann Dann bin ich zu schwer zum Rennen Oh Gott Bügel-Eisen Können wir einfach kaufen Rüstung Kärsliche Rüstung 27 Erstmal ausziehen Dann gucken Was soll davon nehmen Kärsliche Schwerz Macht genau Spielt keine Rolle Wenn du gleich Gleich darf Bekleidung Die ist 25 Ich habe doch schon eine bessere gefunden Nehmen wir die hier Echter Helm Beziehershelm Die kann ich noch mitnehmen Die kann ich noch mitnehmen Tunikah Die haben Stingen Ich werde das noch feier Feiern schwachen sachen für die werden uns nie wieder was bringen erstmal hinsetzen und tee trinken voll ausgelustert sehen wir aus sommer trank einfach alles nehmen mit der war schon gemacht erst mal schmuten Ich kann's Kisten, wenn wir nicht brauchen, äh, nicht Becher, sondern das Körbe. Erstmal mitnehmen. Ja, ich denke. Vielleicht haben die die Völdekammer volle Waffen. Ausdauer niedrig, okay. Kannst du nicht mehr sprinten? Den mächtigen Angriff, du trinkst einen Trank oder warte bis der Ausdauer wieder hergestellt ist. Keine starken Angriffe mehr, sagte er. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Es ist abgeschlossen. Äh, tränke, 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 tränke. Kannst du geringen Ausdauer? Brauchen wir Heilung? Seht zu, ob ihr das knacken könnt. Erstmal guten. Schaden 18. Was am Ende aktuell ist das? Und die Waffe hat Schaden 9. Okay, wir nehmen auf jeden Fall die Axt mit. Das können wir wegverschmeißen gleich. Die Axt nehme ich auf jeden Fall. Das sind Beidhänder. Euch etwas nützliches und dann los. Ähm. Ich glaube nur noch was sind verloren. 27. Ach ne. Alles wieder weg. Kannst du behalten. 10 Schaden. Weiß ich nicht. Hab ich schon wieder vergessen. 18 Schaden. Die nehmen wir dieses. Ach, schön nehmen wir mit. Acht Schaden können wir liegen lassen. Aber alles schon stärker. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht so looten, 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 looten. Kommen wir hier und was. Sinnvolles, wertvolles. Das Schild ist nicht schlecht. Wo können wir dann den Schild ausrüsten. Mhm. Fühlt jetzt ausgerüstet. Aber doch nicht. Die Wache brauchen wir natürlich auch noch. Ach die Axt können wir nur. Wir sind beide. Deswegen können wir kein Schöss tragen. Okay, ist aber ein heftiger Schaden ziehen. Ey, ich weiß nicht. Nehmen wir mal mit. Wir werden wahrscheinlich wieder zum Schwert wechseln. Das Buch vom Drachenblut. Vom Prio Emelenum Madrium. Mit dem Oden des Talos. Veenum Priorei. Jahr 360 des dritten. Ära. 21. Jahr der Herrschaft. Seiner Majestät. Pildum Lagius. Dem vierten. Ach kacke. Viele Menschen haben den Begriff Drachenblut gehört. Wir werden schließlich von den drachengebewohnten Kaisern regiert. Doch die wahre Bedeutung des Begriffes wird nicht überall verstanden. Und zum Oden des Talos liegt das Thema sehr am Herzen. Und mit diesem Buch will ich versuchen die Geschichten mit Bedeutung Lehrer zu beleuchten, die im Laufe des Zeiten als Drachenblut bezeichnet wurden. Große Güte nein. Das werden wir nicht lesen. Wenn die meisten Bücher nicht lesen. Entstecken können wir es auch nicht. Schade. Geschichten. Gibt es. Erdichtrig. Sammertank. Sinnvoll. Haben wir ein funktionsfähiges Schwert. Haben wir es schon weggeworfen. Kleine Schwertsschaden. Neun. Die Achtzeits halt, die haut halt auch nicht zu, außer halt auch, naja, ach du scheiße, Schlösserknappen. Ich benutze eine Maus, um Dietrich zu drehen, um weh um den Schloss zu drehen, je näher sich der Dietrich dahin zu befinden, desto weiter geht das Schloss, bevor der Dietrich abbricht, erst wenn der Dietrich an der richtigen Position des Driehen ist der Schloss vollständig. Ich habe das schon gesehen. Ja, wie viele Dietrich haben wir dabei? Oh, Següter. Oh, Següter. Oh, Següter. Ich Cultiver. haben wir es geschafft das darf ich ja kaum kult zaubertank die ganze behalten hier oben und kapuze das gehört nicht mehr mit können wir gebrauchen ok da ist nichts drinnen wie wir das ausschließen sollten das bringt nichts wie können wir eigentlich sprinten wo ist denn unser kompagnon ach hier sind wir reingekommen und der ist hier weiter ich muss mal kurz gucken wo wir die wo die sprinttaste haben ok hoffentlich und jetzt hoffentlich weiß jemand wo es lang geht geradeaus im zweifel noch mehr die bald da müssen wir jetzt dabei gleich eine flatterei der befehl lautet zu warten bis general tullius hier ist ich werde sicherlich abwarten bis dieser drache mich erledigt hier müssen wir uns zurückziehen langsamer angriff dafür dass wo es ja nix erst mal während wir noch angriffen werden da die verbluten johle spalten hier mal böse 25 wir haben 27 gewissen hier drüben und traf das 302 äh ja wenn wir die durch und los wir eh nicht nutzen den Kolben mal sehen wo das hier hinführt ein Hebel und dann kommen wir nicht mehr zurück wir müssen weiter der Rest wird sich einen anderen Weg nach draußen suchen müssen ok durchs Wasser tapfen oha Spinnen hier auch noch diesen Spinnen jetzt brechen wir ein bisschen Unterstützung hier ein bisschen Gift mitnehmen da ist ja noch ein Juwel mit dabei so und wo jetzt lang das war eine Sackgasse oder geht es hier oben weiter nee das war eine Sackgasse hier entlang das ist abwärts ok was macht der Helm kurz Eisenhelm 16 Rüstung 19 schlechter als die das Offiziershelm nur wenn er episch aussieht Gewicht 5 Gewicht 4 nehmen erstmal einen Witz die Tür lasst uns bei suchen und ihr vorbeizuschleichen nur ein Statt Kranchen und passt auf wo ihr hintretet oder wenn ihr meint heute seid euer Glückster dann könnt ihr diesen Bogen legen vielleicht überruppelt ihr sie geht vorraus das ist aber nix schlecht dann ist die Glanz sind wir wieder zu schwer oder was nur noch können wir ich hoffe wir gehen wahrscheinlich sehr definitiv gehen wir irgendwann ein großes inventar wir haben jetzt nur ein paar sachen mit und können schon bald nicht mehr rennen hier lang sagst du das erste doof verkaufen ich wusste wir würden es schaffen ich hätte das schwert da mal fünf von 1 1 recht doch nicht gut verkaufen könnten das war liegen hier ja